Wir haben den 11.9. ja fast alle miterlebt. Unsere Kindeskinder werden das nur aus den Zeitungen langsam nach und nach kennen. Aber wir haben das ja alle gesehen. Wir haben den Einschlag dieser zwei Flugzeuge in den World Trade Center gesehen. Wir haben im Pentagon irgendwelche Feuerwolken gesehen. Und wir haben mitbekommen, dass da ein viertes Flugzeug abgestürzt ist über Pennsylvania. Das Ganze war insgesamt von Beginn an eigentlich merkwürdig. Erstens mal ist eine ungeheure Tat, dass man den meist bewachten Luftraum der Vereinigten Staaten durchdringen kann mit vier Flugzeugen, die gleichzeitig entführen kann. Dass das innerhalb von wenigen Stunden, erst mal sagt die amerikanische Regierung, wir waren völlig ahnungslos. Das war ein Schlag aus dem blauen Himmel. Wir wussten überhaupt nichts, waren nicht vorgewarnt. Und umso perfider ist diese ganze Geschichte gewesen. Dann kamen sie aber innerhalb von wenigen Stunden heraus mit der Behauptung, dass das Osama Bin Laden gewesen sei. Mal wieder. Der hat angeblich schon den Zerstörer Kohl durch Minen oder was auch immer anschießen lassen. Der hat angeblich die zwei Botschaften in Afrika angegriffen. Und dass das Al-Qaida sei, also die Truppe, die hinter Osama Bin Laden steht. Und dann war wenige Stunden später schon bekannt, dass das 19 Leute waren. Dann war sehr schnell bekannt, wie die Namen waren. Und zwei, drei Tage später war das mit Bild alles veröffentlicht. Also, es war ein arabischer, fundamentalistischer Anschlag von Selbstmordattentätern. Und man fragte sich, wie kann eigentlich sowas, ist sowas überhaupt möglich? Die Beobachtung brachte eigentlich sofort Zweifel mit sich. Erstens mal fragt man sich, wenn man ein bisschen Hintergrund hat und sich gezwungen hat, bei allen solchen Operationen immer das Cui Bono zu fragen, wem nutzt eigentlich sowas? Und es war ja klar, dass eine solche Operation mit einem solchen brutalen Anschlag gegen völlig unschuldige Leute, es war ja vor neun Uhr morgens, es waren im Grunde genommen nur diejenigen, die die Briefe auszutragen hatten, die die Büros zu reinigen hatten, die Fenster zu putzen hatten. Die waren da drin, bis auf wenige etwas höhere Range. Die höhere Rangigen kamen doch erst um neun oder zehn oder elf Uhr. Also, die sind überhaupt nicht betroffen gewesen, was angeblich Osama Bin Laden nicht berücksichtigt hat. Also, der Anschlag in sich war einer, der natürlich zwangsläufig die zulasten der arabischen, muslimischen Welt gehen musste. Jeder sagt, Mensch, wenn die in der Lage sind, sowas zu machen, ist im Grunde genommen die ganze westliche Welt massiv gefährdet. Dann kam erst mal der erste Einschlag, dann kam der zweite Einschlag, dann, ich weiß nicht mehr wann genau, aber feiert es mich sehr schnell, wurde eingeschaltet, immer wieder mit den einfliegenden Flugzeugen, diese lachenden Palästinenser. Und ich sage, das ist doch merkwürdig. Wie soll das so schnell von irgendeinem Marktplatz in Palästina kommen? Ich schließe gar nicht aus, dass es Schadenfreude irgendwo in der Welt gibt. Aber, dass das real aufgenommen worden sein soll im Zusammenhang damit, schien mir äußerst zweifelhaft. Dann stellte sich aber innerhalb von wenigen Tagen heraus, dass der stellvertretende Bürgermeister von Jerusalem, ein Israeli, einen Artikel schrieb und sagt, das war ein Filmteam, beauftragt vom israelischen Verteidigungsministerium. Die kamen rüber, ich weiß nicht, ob nach Jerusalem oder Ramallah oder wo auch immer im Marktplatz, haben Candys gekauft, Zuckerbäckerwaren und haben die unter dem verteilt. Und da brach ein großes Gelächter aus und Freude. Und die Frau war völlig entsetzt, dass sie in Zusammenhang mit dem 11.09. nun da plötzlich sozusagen jede Minute auf die Medien, auf die Schirme kam. Da fragt man sich natürlich, das war ja natürlich just in time. Das war schon ein Bestandteil einer Propaganda-Operation. Sonst kann das im Grunde genommen gar nicht so gelaufen sein. Wenn man das drei Tage später aufgenommen hat, sagt, wir waren da und die haben das alles angeschaut, wir haben sie gleichzeitig gefilmt und das ist einigermaßen glaubwürdig. Aber hier war das überhaupt nicht glaubwürdig. Ja, dann kam ja sehr schnell der Pass von Mohammed Atta. Alles war völlig zerstäubt und zerstört, nahezu nichts von dem Flugzeug zu sehen im World Trade Center. Nur der Pass von Mohammed Atta machte es und da konnte man lesen, aha, das ist der. Dann hatte man ein Leihauto in Boston gefunden. Da waren Anweisungen, wie man Flugzeuge des Boeing-Typs 757 und 747 fliegt. Und dann interessanterweise ist der Mann in den angeblichen Selbstmord geflogen mit zwei Koffern. Also er wollte irgendwo die Koffer noch ins Jenseits mitnehmen. Nur diese Koffer, die schafften es nicht, auf dem Gepäckband befördert zu werden. Also fielen sofort in die Hand der FBI. Dann war noch ein zweites Fahrzeug, auch von Mohammed Atta, was er dann komischerweise in Maine stehen gelassen hatte. Passt im Grunde genommen nicht zusammen, mit zweierlei Autos zu fahren. Dann kam ein Video von ihm, wo man ihn im Grunde genommen nicht erkennt, mit zwei Daten übereinander, die nicht übereinstimmen. Also unterschiedliche Uhrzeiten, also irgendwas muss manipuliert gewesen sein. In den Koffern war nun ein Testament dabei, wo er erstmal einen Rundbrief entwurf, nicht entwurf, sondern wahrscheinlich das Doppel. Der hat natürlich den Leitsordner gehabt, wo er das alles abgeheftet hat. Also ein Rundschreiben an seine Mitattentäter am Vorabend, man soll nicht schwach werden und so weiter. Und zwar in einer Weise, von der Arabisten sagen, so schreibt man nicht in Arabien. Das ist eine Merklinie. Und dasselbe gilt für das Testament, was er schon 1996 angeblich gemacht hat. Naja, und so geht das eigentlich in einem fort. Dann sagt man ja, wie sind die überhaupt in die Flugzeuge reingekommen? Dann sucht man in den Passagierlisten der vier Fluggesellschaften. Das waren ja zwei Flugzeuge, die sind in Boston gestartet. Eins ist in New York, sozusagen im Vorort von New York gestartet. Und das andere Dallas Airport in der Nähe von Washington. Bei keinem dieser zwei Fluggesellschaften und vier Flugzeuge ist auch nur ein arabischer Name auf den Passagierlisten. Und normalerweise ist das, was außerordentlich sorgfältig gemacht wird. Denn wenn irgendwas passiert, muss benachrichtigt werden. Und da muss man diese Passagierlisten haben. Nichts ist drauf. Was darauf hindeutet, dass auf jeden Fall die Fluggesellschaften sich dieses Bonbon nicht an ein Hemd kleben lassen wollen, das sie durchgelassen haben. Normalerweise ist es ja so, man geht an den Flugschalter, man zeigt denen das Ticket, dann kriegt man eine Nummer seines Sitzes, eine Boardingcard, mit der man nachher dann ans Flugzeug geht. Dort kommt die Stewardess, nimmt das entgegen und sagt, hier setzen sich da und da hin, je nachdem. Das scheint hier, ist merkwürdigerweise nicht der Fall gewesen zu sein. Alle diese Flughäfen waren mit Videokameras versehen. Keine, mit Ausnahme der angeblichen Atta-Aufnahme, hat auch nur eine Aufnahme zu zeigen, wo diese jeweils fünf Terroristen oder einmal vier Terroristen, sind ja insgesamt 19, an Bord gegangen oder durch den Flughafen gelaufen sind. Die müssen mehrere Kameras durchlaufen haben, keine von denen kann gezeigt werden. Wenn man dann fragt, was ist eigentlich in den Flugzeugen passiert, dann das eine Flugzeug, was abgestürzt ist in Pennsylvania, da haben 30 Leute...